Willis, bist du es? Jason, ich habe seinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Buck. Also sein Name ist Buck, und er ist hier für'n Fuck. Du bist also das kleine Sahnetatchen von dem Anerzien. Jane Doe, wir wissen, scheiße würde ich... Ich komme aus Hansburg, Texas. Mein Name ist Buck, und ich bin hier für'n Fuck. Dein Name ist Buck. Richtig. Und du bist hier für'n Fuck. Richtig. Warte mal, warte. Komm!